Also ich lebe seit 15 Jahren in dieser Wohnung. Und ich lebe gern hier. Und es ist einfach mein Zuhause. An Rollator habe ich ja noch nicht gedacht, als ich eingezogen bin. Da war ich Anfang 70, 74 war ich. Och, da war ich ja noch Charlotte. Ich habe auch zehn Jahre eine kleine Gymnastikgruppe hier gehabt. Also das war wunderbar. Ich habe das dann gesehen, ich konnte nicht mehr so gut gehen. Und dann habe ich gedacht, du musst einen Rollator in der Wohnung haben. Ich kann mich da sehr gut mit bewegen, aber meine Wohnung ist auch nicht so vorgestellt. Wenn ich ein gutes Buch habe und ich sitze alleine, dann verniehe ich mich drin. Dann lebe ich in dem Buch. Ich möchte, solange ich kann, mein eigenes Leben führen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020